Mein Name ist Heike Bruns. Ich bin die neue Leiterin der Freiwilligenbörse mit Sitz in Lohne, zuständig für den gesamten Landkreis. Ich bin 49 Jahre alt und bin seit dem 1. Januar hier zuständig. Das Ehrenamt in unserer Gesellschaft ist unglaublich wichtig und es macht sehr viel Spaß. Vielleicht brauchen Sie selber ehrenamtliche Hilfe, vielleicht haben Sie einfach Lust Zeit zu verschenken, Zeit mit Menschen zu verbringen. Kommen Sie einfach her und sprechen Sie mit mir. Es wird richtig, richtig Spaß machen.